Lass sie tauchen. Gib mal den Finger wenigstens. Du tauchst sie mal ganz langsam rauf. Warte mal, ich sag's auch. Und dann ganz langsam, aber wirklich langsam zurückziehen. Dann sieht man Klebfäden. Jetzt langsam zurück. Guckt mal wie lang die Fäden sind. Und eine Mücke bleibt dann hängen. Doch noch auf die Nase tun. So, wer tut sie wieder rein? Pack sie mal wieder rein da. Pack sie wieder rein. Gehst ein kleines Stück rein, reindrücken ins Muster. So, jetzt muss ich was sagen, das ist ganz wichtig. Geh einfach rein. Du kannst schon hingehen. Du kannst schon hingehen. Ja. Du kannst laufen. Wird nicht nass. Wackel mal mit dem Boden. Aber leise. Ich geh jetzt ein Schleichpfad mit uns. Ja. Und dann kommt sie sehr gerne. Wir müssen also hier jetzt ganz schön vergessen. Und zügig reingehen. Das wäre nicht bis hier hin. Wenn es euch stattfindet.